hallo werte ep freunde dies ist nun der zweite teil einer kleinen reihe von videos über den bau der ep 17 demo anlage marsberg die im forum in der dortigen filebase als free anlage zum download steht ich habe mir vorgenommen den bau dieser anlage in mehreren videos zu schildern und zwar anhand gespeicherter spielstände also ich habe mehrfach in der bauphase gespeichert und kann deshalb diese speicherstände jetzt im folgenden aufrufen jeweils kurz laden und anhand der entsprechenden baufortschritte dann einiges zum bau einer solchen anlage erklären ich weise nochmals darauf hin dass all dies keinen anspruch auf vollständigkeit und alleinige richtigkeit erhebt man kann alles in ep auch anders und besser machen sicherlich und ich bin da auch nicht gefeit vor irrtümern und auch vor versprechern vor sonstigen mehr oder weniger kleinen oder großen mängeln in der darstellung ich bin da kein profi und kann nur hoffen dass die erläuterung hier doch dem einen oder anderen etwas beim bau solcher ep anlagen helfen können also beginnen wir mal mit dem letzten speicherstand den ich in der ersten folge aufgerufen hatte das war der speicherstand nummer sieben den ich hier schon einmal geladen habe da war die sache ja so weit gediehen dass hier das gelände in groben zügen schon einmal angelegt ist die man dann im vergleich zu der fertiggestellten anlage sicherlich erkennen kann die ich hier auch immer wieder mal zur gegenüberstellung aufrufen kann da sieht man dann auch wieder diesen see der im laufe der bearbeitung natürlich seine form auch noch geringfügig verändert hat wie alles an dieser anlage im laufe der weiteren vervollständigung des aufbaus immer wieder in die eine oder andere kleine veränderung erfahren hat aber in groben zügen und insbesondere im 2d editor kann man doch vielleicht gewisse ähnlichkeiten erkennen hier dieser innere bereich ich hatte das gestern in der ersten folge schon mehrfach erwähnt dass ich im verlaufe des aufbaus der anlage die anlagengröße etwas verändert habe die anlage insgesamt an allen rändern vergrößert habe insbesondere auch im vorderen bereich ich will da jetzt nicht zu viel wiederholen und kann nur verweisen darauf sich dann gegebenenfalls doch den ersten teil zunächst einmal anzusehen und auch in der weiteren folge dieser videos diese videos sich dann möglichst der reihe nach anzuschauen um da allzu große sprünge in der darstellung zu vermeiden ja das ist also das endergebnis und beim speicherstand 7 sah das dann noch in 2d so aus gut dann schreiten wir mal gleich in riesen schritten voran zum speicherstand nummer 8 diese speicherstände werden ja immer relativ zügig geladen vor allen dingen wenn man zwischendurch mal alt tab trifft dann drückt dann kommt man recht schnell zu dem gewünschten speicherstand das ist hier die nummer 8 da hatte sich wohl noch nicht allzu viel gegenüber dem speicherstand 7 geändert auch diese wasserfläche hier die war immer noch unverändert in der textur auch und in der größe da habe ich später die textur dieser wasserfläche ja geändert hier ist das noch ein tiefes blau während es dann nachher bei der fertigen anlage eine eher transparente wasseroberfläche war das habe ich unter anderem auch deshalb geändert damit der unterschied zwischen diesem wachlauf hier das ist jetzt hier im pause modus bewegt sich das wasser nicht wenn man da mal mit normaler geschwindigkeit laufen lässt dann fängt auch an dieses wasser sich hier zu bewegen und fließt dann auch wieder und diese kleine fels barriere hier die kaschiert etwas den übergang zwischen dem spline und dieser größeren wasserfläche hier ich habe mir gedacht dass das vielleicht auch einigermaßen realistisch ist wenn man hier mal so eine fels barriere unter wasser einbaut und hier kann man auch mal ganz gut erkennen den übergang zwischen den splines die den bachlauf darstellen und der wasseroberfläche des sees hier also geringfügig darüber liegt wenn man sich hier im baum modus befindet auf dieser anlage dann sieht man hier etwas unter der oberfläche des sees noch den fließenden bach das liegt daran dass hier der spline jetzt muss ich den mal sperren hier ach so der bachlauf ist auch gesperrt entsperren transparente oberfläche langsam ist das mit post processing das ermöglicht dann dass auch die dinge die unter wasser sind noch gerendert werden und dargestellt werden wenn ich das mal entsperre dann kann ich hier oben die seeoberfläche transparente oberfläche langsam auch pp das ist die seeoberfläche und wenn ich die jetzt sperre und da hinten noch irgendwann müsste ich auch mal an den bachlauf hier rankommen wenn ich alles in reichweite der maus gesperrt habe was da so blinkt ist der hier immer noch gesperrt es ist manchmal ein bisschen kompliziert wenn sachen so dicht aneinander liegen das ist hier der transparente fluss entsperren so jetzt habe ich den mal erwischt er kommt also hier noch in dem bereich hier fängt dieser spline an und verschwindet dann unter der seeoberfläche weil ich den schlicht und ergreifend entsprechend so gebogen habe wie man ja auch ein gleisblein biegen kann der verschwindet also hier unter der seeoberfläche so dass hier nur noch der gizmo rausguckt wenn ich den mal hervor hole dann taucht er hier auf und man sieht dass der hier noch unter den see herunter ragt sozusagen hineinragt in den see und ich habe ihn dann einfach hier angefasst und so nach unten gebogen bis er dann hier in etwa im bereich dieser felsbarriere unterhalb des der seefläche verschwindet sozusagen und hier gibt es dann diese seeoberfläche transparente oberfläche langsam wenn ich die mal entsperre dann liegt die hier in relativ groß skalierten flächen liegt die dann hier da drüber das ist also hier einmal jetzt habe ich das ding doch wieder entsperrt immer normal ja also das ding ist jetzt hier entsperrt entsperren macht man mit steuerung shift und rechter maustaste dann kann man hier also objekt sperren jetzt ist es gesperrt dann kann ich es nicht mehr anklicken und wenn ich nochmal steuerung shift rechte maustaste klicke kommt hier dieses kontextmenü für die transparente oberfläche und dann kann ich das objekt entsperren so und jetzt kann ich es auch wieder anklicken und bearbeiten das auch mal kurz erklärt und offenbar erwische ich jedes mal dann auch hier diesen spline mit der hier den bach bildet wo haben wir jetzt objekt entfernen da unten objekt sperren so ja und hier stoßen dann also mehrere dieser platten aneinander von dem see einmal die und einmal die und diese platten die sind auch skaliert sicherlich objekteigenschaften genau die sind jeweils in x und y richtung 25 fach skaliert die sind also ursprünglich wesentlich kleiner und sind hier so groß skaliert dass er also weitestgehend den bereich des sees abdecken da hinten gibt es dann noch eine platte hier in der mitte gibt es eine platte und einmal hier rechts für den rechten bereich des sees die gelben linien das sind ein ein unsichtbarer wasserwegsplein auf dem dieses segelboot hier verkehrt der liegt genau auf der wasseroberfläche und die oberfläche dieser seesplines hier die habe ich wahrscheinlich in den anlagen informationen eingestellt die wasserhöhe liegt hier bei minus 45 metern man kann also für diese wasserflächen hier eine feste höhe vorgeben das hat oder muss diese höhe vorgeben hier in den anlagen informationen hier bei dieser wasserhöhe kann man dann die einstellung vornehmen in dem fall hier minus 45 meter das ist deswegen erforderlich weil diese flächen hier eine oberflächenspiegelung darstellen können und die kann von der grafik engine von ep nur einheitlich für die gesamte anlage berechnet werden dass also hier die bäume alles was sich im bereich des wassers in der ufernähe befindet kann sich hier also spiegeln und das kann ep nur einheitlich für die anlage berechnen deswegen kann man solche wasserflächen auf der anlage praktisch nur einmal in einer höhe verlegen und ich habe deswegen auch für diesen bachlauf hier einen flussplein verwendet der in etwa die gleiche optische darstellung hat also transparenz und wasserfärbung in etwa gleich sind so dass also dieser übergang hier zwischen den verschiedenen splines zwar noch sichtbar ist aber nicht allzu krass auffällt und deswegen habe ich hier auch diese fels barriere verlegt so dass das also kaum auffällt ich habe das jetzt inzwischen ein bisschen verändert müsste das also gegebenenfalls hier die schritte mal rückgängig machen und wenn ich das so weit rückgängig mache wie es letztlich gespeichert habe bei der fertigen anlage dann sieht man auch dass der übergang hier mehr oder weniger geschickt oder ungeschickt kaschiert wird durch diese fels barriere hier die also den optischen eindruck noch mal etwas zwischen den verschiedenen splines und wasseroberflächen abmildert und dieser fluss hat halt den vorteil dass man so einen spline im gegensatz zu diesen wasseroberflächen für den see dass man diese splines wie auch gleise und straßen so biegen kann dass man zum beispiel auch so ein gefälle hier in dem fluss nachbilden kann durch entsprechende biegung der splines wenn man die also in kleineren abschnitten verlegt vielleicht immer nur so 10 20 meter länge dann kann man die also recht flexibel an das gelände anpassen und kann so auch einen abwärts fließenden fluss darstellen so wie das hier geschehen ist und auch im weiteren verlauf hier bei dieser wassermühle die ich gestern in der ersten folge wurde mehrfach als sägewerk bezeichnet habe also ich bitte mir nachzusehen wenn ich mich manchmal verspreche oder auch etwas mit den begriffen durcheinander komme also ich habe hier kein vollfertigtes skript was ich über ein telepompter nur ablesen muss sondern das ist frei gesprochen freiner schnauze sozusagen und da kommt es dann schon mal zu solchen versprechern und ich habe auch keine professionelle sprecher schulung mitgemacht so wie die sprecher im fernsehen oder wie politiker das gerne tun oder tun müssen ich betrachte das ja hier nicht als professionelle berufstätigkeit so hier oben sieht man dann noch wie das ganze endet nämlich in einer etwas dichteren felsbarriere und mit bäumen kaschiert und dann noch eine nebelbank als wetter zone drüber gelegt dann kann man hier schon mal am anlagenrand so ein bach auch dezent verschwinden beziehungsweise auftauchen lassen dass das hier relativ schlicht und einheitlich gestaltet ist ist dem umstand geschuldet dass sich im grundbestand von eb 17 beschränkt um aufzuzeigen leider nur relativ wenig solcher felsmodelle finden insbesondere nicht die sehr schönen felsmodelle des konstrukteurs uwe becker hier im trendshop erhältlich sind mit denen man so was hier wesentlich besser ausgestalten kann aber ich habe mich ja bei dieser anlage hier bewusst auf den grundbestand von eb 17 beschränkt um aufzuzeigen was man immerhin denn doch schon mal mit diesem grundbestand so bauen kann wenn es natürlich auch nicht high end ist und auch nicht einer kaufanlage entspricht bei weitem nicht da steckt dann noch mal viel mehr arbeit mühe drin und eben auch viel mehr verschiedene modelle die dann natürlich auch den preis einer solchen kaufanlage im eb shop mit erheblich mitbestimmt neben dem aufwand des anlagenbauers aber das ist hier wie gesagt eine free anlage mit dem grundbestand so wie eb 17 ausgeliefert wird und da hat man immerhin dann doch schon mal solche felsmodelle und wenn man die dann noch beim einsetzen ein bisschen variiert immer mal gedreht einsetzt ein bisschen kippt die sind also hier alle nicht so eingesetzt wie sie ursprünglich in der anlage auftauchen also hier sieht man an dem gizmo an diesem blauen kreis zum drehen des modells dass dieses modell gekippt eingesetzt ist das kann man dann hier an diesem roten teil verwenden so wäre das in etwa waagerecht lotrecht und sonst wie in den achsen normal eingesetzt aber ich habe das etwas gekippt damit hier auch im see grund noch was von dem felsen zu sehen ist und der auf der anderen seite im gelände auch in etwa einen übergang hat wenn man den hier so gerade einsetzt dann hat der plötzlich dahinten keine fortsetzung und würde hinten in der luft hängen aber wenn man ihn etwas kippt dann taucht er da unter wasser auf und hier hinten kann man ihn etwas im gelände stecken lassen und so kann man ihn dann noch hin und her schieben und kann da auch noch eine varianz reinbringen und wenn man dann mit der gedrückten alttaste hier erst mal die teile hier entsperrt das hier entsperrt das da hinten ist noch nicht gesperrt also wenn man die so anklickt und dann die alttaste gedrückt hält und mehrere anklickt dann kann man auch mal drei stück hier markieren mit gedrückter alttaste und kann die dann als block praktisch drehen und auf die andere seite verschieben und sich wie schon bei den gelände formationen im ersten teil dieser video reihe gezeigt kann man dann mit solchen block funktionen auch in 3d ganz schnell so ein bach ufer mit solchen teilen hier beflastern und dann noch mal jedes einzelne teil ein bisschen nach bearbeiten ein bisschen verrücken ein bisschen drehen ein bisschen schieben und dann bekommt man so einen mehr oder weniger eher weniger abwechslungsreichen bachrand hier gestaltet das ist eben dem umstand geschuldet dass das nur ein einziges das modell ist was hier immer wieder verwendet wird um da mehr varianz rein zu bekommen und auch noch ganz andere fels modelle zu erhalten muss man sich mal im eep shop umsehen und dann vielleicht auch das eine oder andere modell dort mal erwärmen aber für den anfang reicht das sicherlich so viel zur wasseroberfläche hier wie gesagt skaliert in dem falle hier 25 fach dann haben wir hier drei sonne platten das sieht man dann auch im 2d editor dass man hier also wenn man mal auf die die geländegestaltung vor allen dingen geht und dann alles andere mal mit einem rechten mausklick auf die schaltflächen ausblendet insbesondere auch die landschaftsgestaltung dann sieht man hier jetzt habe ich die landschaft ja hier ist gehört also zu den landschaftselementen also muss ich die doch wieder allem ländern bekomme ich hier diese teile hier diese großen quadrate das ist die darstellung dieser seeoberfläche dieser wasseroberfläche die sich da unter landschaftselementen finden lässt und die ich da entsprechend skaliert habe genauso wie man hier diese grüne linie erkennt von diesem wasser wegs bleiben für den bach und daneben lauter grüne solche quadrate das sind diese ganzen fels teile die ja angeordnet sind die grünen punkte das sind die bäume ja und hier sieht man noch mal den den wasser weg für das segelboot den wasser wegs bleiben der hier so als ja quasi doppel helix verlegt ist das ganze könnte ein jahr erinnern an einen eierstock und das hier an der doppel helix also jetzt hier nicht so weit vom thema abschweifen abschweifen aber gewisse assoziationen können einem da schon kommen aber das liegt ja nun völlig neben dem thema gut zurück zum thema das waren also diese großen skalierten wasserweg beziehungsweise landschaftselemente diese wasserflächen die sich dann hier auch fortsetzen in dem flussbett was ja im prinzip in der ebene verläuft anders als dieser bach wo ich die splines genommen habe um die entsprechend an die gelände oberfläche anders gefälle anpassen zu können und dann hier auch diese fels barriere die hier zu erkennen ist und hier im weiteren verlauf dann mehrere dieser platten mit der wasseroberfläche und in der frühen version sah das dann so aus wie hier zu erkennen da war das denn noch eine andere wasserfläche die so eher blau eingefärbt war wo man den seegrund nicht gesehen hat das habe ich dann später ausgetauscht und an die oberfläche dieses wachspleins flusspleins hier angepasst und hier sieht man auch noch mal durch die unterschiedliche färbung der wasseroberfläche vom see und des flusses wie sich dieser übergang gestaltet und durch diese wellen animation ist das keine scharfe kante sondern so ein sehr organisch fließender übergang hier bei dem fluss bleiben muss man natürlich noch daran denken den in der richtigen richtung zu verlegen damit das wasser auch immer schön bergab fließt wenn man den umdreht dann könnte man hier in eep sogar mal erreichen dass das wasser den berg hoch fließt dazu müsste man die splines nur jeweils um 180 grad drehen dann würde das wasser auch im berg hoch fließen aber das will man ja nicht oder vielleicht doch naja wie auch immer kreatives bauen bei eep da fließt dann auch mal das wasser den berg hoch jedenfalls wenn man nicht aufpasst und deswegen hier auch wie gesagt diese felsbarriere die da später eingebaut worden ist so sieht das ganze ohne felsen aus hier sieht man in diesem speicherstand zumindestens wie hier schon die texturen aufgebracht hatte dazu gibt es ja die möglichkeit sich texturmotive zu speichern hier im gelände editor hat man hier oben jetzt ist kein motiv ausgewählt und wenn man das runterklappt dann kann man sich hier verschiedene motive abspeichern und da gibt es dann hier unten auch irgendwo die habe ich dann immer mit s a für meinen familien namen als präfix noch gekennzeichnet da habe ich mir dann eigene motive abgespeichert und da gibt es dann auch sicherlich irgendwas mit see grund oder so oder flussgrund oder felsen oder so und abspeichern kann man sich diese dinge indem man hier auf neu klickt ein neues bodentexturmotiv anlegt und jedes bodentexturmotiv setzt sich immer aus vier einzelnen motiven zusammen die man zunächst mal hier auswählt und wenn man das ausgewählt hat dann kann man das hier einem der vier slots zuweisen und kann hier rechts noch einstellen ab welchem ab welcher hangneigung ab wie viel grad hangneigung im gelände die jeweilige bodentextur geschaltet wird dass man also zum beispiel hier bei so einem felsabhang sich für die erst für den ersten slot bei null grad eine rasentextur rein speichert und eine die man sich ausgewählt hat und dann für den ersten übergang bis 15 grad oder 25 grad kann man dann hier schon mal eine steintextur oder alm textur oder und wie sowas in den slot speichern bis man dann hier beim letzten slot der geht dann immer bis 85 grad also fast 90 grad fast senkrechte ähm felswand bis 85 grad kann man hier einstellen äh und für die steilste felswand nimmt man sich dann eben so eine entsprechende felsentextur und weist die hier dem vierten slot zu und kann sich damit äh hier solche texturen auch selber anlegen das habe ich zum beispiel auch getan für eine textur für den waldboden die hier noch gar nicht in erscheinung tritt weil ich hier mit den bäumen noch nicht angefangen habe aber man sieht hier zum beispiel an so einem fels haben schon mal den unterschied zwischen so einem steilhang und äh ja eben so einer ebenen fläche die hier dann automatisch mit gras belegt wird das passiert dann in dem moment wenn man hier oben das bodentextur motiv ausgewählt hat man kann sich übrigens auch aus fertigen anlagen solche bodentextur motive speichern und kann dann äh die hier zum beispiel af af e das bezieht sich auf eine anlage aus ep 6 seiten von guido hülsmann am fluss entlang da habe ich mir mal sehr schöne texturen bodentextur motive abgespeichert und dann gibt es hier zum beispiel auch ein bahndamm schotter motiv gk3 dunkel das passt also zu den gleisen den schottersplines von gk3 die ja zusammen mit den animierten weichen auch im eep shop erhältlich sind dann hier bahndamm wiese das bezieht sich auf die bahndämme sicherlich auch von von ub3 zu dessen gleisplines die etwas älter sind inzwischen ähm aber dass da also jeweils wenn man dann so ein bahndamm verlegt hat zusammen mit den gleisen dass das anschließende gelände in etwa dieselbe grün färbung hat gibt es verschiedene wiesen wiese mit erde das ist dann also gemischt wiese und erde als so als übergang da kann man sich also alles mögliche abspeichern hier die fm straßen die sind von pb1 peter bohnen stengel fm straßen dazu die entsprechende beton textur um dann auch mal größere flächen auf dem bahnhofs vorplatz mit so einer bodentextur zu versehen und dass es dann keinen krassen übergang gibt wenn dann wieder ein straßenspline sichtbar anfängt ansonsten kann man auf solchen großen flächen ja unsichtbare straßensplines verlegen ich ist gewässer grund das ist aus den anlagen von lp1 von icke dem forums administrator da gibt es ein gewässer grund den habe ich mal übernommen und hier so abgespeichert dann hatte ich hier eben aus nidda kopfstein pflaster da schreibe ich mir dann hinten bei dem namen dieses bodentexturmotivs noch die einstellungen dazu die man hier vornehmen kann bei so einem bodentexturmotiv damit das dann also zum beispiel beton 0.1 high quality also die high quality variante des beton 0.1 rgb einstellungen in der fall falls da farbvarianten vorliegen ja so kann man sich das dann also hier abspeichern und sich die verschiedensten motive anlegen wie weg öl kohle dreck und so weiter passt was ist das hier felsen 0 4 in 1 passt zu und was leider gottes ist das feld hier nicht skalierbar und auch nach rechts nicht zu scrollen so dass also bei längeren namen für diese bodentexturmotive dass hier immer eine zwangsweise abgeschnitten wird und man also den namen nicht vollständig erkennt das ist also so ein eine der vielen unzulänglichkeiten am user interface aber da wird sich in zukunft sicherlich das eine oder andere immer wieder mal verbessern felsen 14a zufall wollen wir doch mal sehen was das ein motiv ist wenn man das hier rüber streut aber intensität 50 ist mit sicherheit viel zu viel an intensität das wird lassen wir mal die 50 oder 55 wenn man das hier auf groß einstellt mit 55 dann bekommt man so einen ganz und gar gruseligen effekt hier der ist jetzt noch so kachelartig weil hier die skalierung auf 100 steht wenn man die auf zufällig stellt also ganz ans ende schiebt auf die größte position der skalierung dann bekommt man so ein zufälligen felsen das sieht ja schon vernünftiger aus die intensität ist nur 1 wenn ich die intensität wieder mal auf 52 stelle dann bekommt man solche schwarzen flecken das sieht also alles nicht gut aus deswegen die intensität doch immer auf den relativ geringen wert einstellen also so bis 10 13 das mag noch gehen zufällig und die große bearbeitungsgröße und hier sieht man mal wie das aussieht wenn in allen vier feldern praktisch dieselbe textur hinterlegt ist dann bekommt man hier nur so eine einheitliche textur wenn man jetzt aber hier zum beispiel mal die alm 0 1 ausgewählt hat bei den einzelnen textur motiven und jetzt hier sagt benutze textur 1 des als für das boden motiv dann wird diese 1 diese textur hier unten allen 0 1 wird jetzt hier oben in dem ersten bis 25 grad und die felsen hier den bis 25 grad und jetzt erhöhen wir das hier mal auf 40 und nicht dann bekommen wir jetzt hier ja eine weitgehend grüne fläche das liegt wahrscheinlich daran dass ich das jetzt hier nicht gespeichert habe ich möchte mir aber auch mein gespeichertes boden textur motiv jetzt hier möglichst nicht überschreiben hoffe ich habe das noch nicht getan ich habe ja nicht auf neu geklickt oder so und auch nicht auf speichern ansonsten weiß jetzt nicht ob man das auch man kann das hier auch zurücknehmen aber dann bleiben die änderungen hier das ist mir jetzt auch egal so wichtig ist das auch nicht aber der der grundweg wie man sowas macht habe ich hier mal ganz kurz gezeigt ansonsten gibt es dazu natürlich auch spezielle tutorials wo man sich sowas ausführlicher ansehen kann und auch im ep forum wird sowas ja immer wieder mal in einzelnen beiträgen näher beleuchtet wie man zum beispiel solche boden textur motive anlegt dazu kann man dann mal die suchfunktionen im ep forum benutzen um sich da den einen oder anderen hilfreichen beitrag beziehungsweise beitrags faden oder das red oder wie man das auch immer nennen mag auszusuchen wo man dann solche schritte nachlesen kann wie man das macht oder entsprechende tutorials eben bei youtube ja hier waren also diese boden textur motive schon etwas aufgetragen hier ist noch mal diese schlucht zu erkennen wo sie später dieses feucht biotop befindet mit auch wieder mit nebel drüber und mit diesem bär der darum läuft das sieht dann irgendwann im weiteren verlauf so aus wie hier schalte hier immer mal in den pausen modus dass man also hier dieses feucht biotopiat wo dann auch wieder als wetterzone ein bisschen nebel drüber ist und hier noch mal das wasser so knapp unter der geländeoberfläche ist und hier dieser problem bär bruno sein unwesen treibt der sich dann hier auch mal bewegt noch ein bisschen grillen zirpen als soundkulisse dazu da kann man solche soundboxen aufstellen das findet sich alles in den landschaftselementen solche soundboxen da kann man so ein sound einstellen mit grillen zirpen und diese nebelbank aus den landschaftselementen dann die animierte tierfigur und schon hat man so ein feucht biotop hier dargestellt paar passende birkenbäume ein bisschen gras verteilt und schon ist das die geschichte hier fertig das war wie gesagt dieser geländeeinschnitt und hier sind wir jetzt wieder zurück auf unserer anlage im frühen baustadium mit dem geländeeinschnitt noch ohne wetterzone noch ohne wasser in dem bereich so dann gehen wir mal zum nächsten über das war der speicherstand 8 dann laden änderungen nicht speichern 9 diese besinnungs pausen die sind auch immer etwas nervig jetzt hat er es und von 8 auf 9 sieht man jetzt mal wie hier plötzlich massenhaft grünzeug dazu gekommen ist dafür habe ich das streuwerkzeug benutzt was hier in 2d aufgerufen werden kann haben wir das hier bei bearbeiten streuwerkzeug aber auch das habe ich schon mal in einem extra tutorial dargestellt und werde deshalb hier nicht weiter darauf eingehen da kann man auch mal schauen bei youtube auch auf meinem kanal gibt es dazu erläuterungen wie man also mit dem streuwerkzeug arbeiten kann insbesondere auch um solche abwechslungsreichen bewaldungen hier zu erreichen dass man also mit verschiedenen baumsorten hier aus den landschaftselementen quasi das mehrfach bestreut und sich dann einen unregelmäßigen block da draus hier mit dem auswahlwerkzeug oben und gedrückter shift taste kann man sich hier also so ein kreis sozusagen markieren den als block bäume 01 oder irgendwie sowas mischwald 01 oder so den speichert man sich hier oben mit dem disketten symbol speichere aktuellen block kann man sich den also mit einem frei wählbaren namen abspeichern und dann hier oben öfter einen gespeicherten block kann man den block wieder aufrufen und wie so eine art stempel werkzeug mehrfach hier dann einfügen und auch teilweise wenn man denn mal eine dichte bewaldung haben will an einer bestimmten stelle dann fügt man den block einfach mehrfach übereinander ein und dreht ihn jeweils beim einfügen um 90 oder 45 grad oder so und kann dann erreichen dass die dass derselbe baum nicht immer an derselben stelle oder der gleiche baum nicht immer an derselben stelle auftaucht sondern dass man da eine varianz rein bekommt und auch eine nachträgliche verdichtung also man muss den block ursprünglich gar nicht so dicht bewaldet speichern sondern man kann sich erstmal so für die hinteren bereiche zum horizont hin speichert man sich den block ab mit weniger dichter bewaldung oder auch für die höheren bereiche wo es dann in die höhe geht aber unten so in dem bereich wo man immer wieder mal öfters hinschaut da kann man sich dann auch mehrere blöcke einfach übereinander einfügen jeweils ein bisschen gedreht und auch nebeneinander immer ein bisschen gedreht wenn man da so eine kahle stelle in so einem block so eine art loch in dem block drin hat wo es mal unregelmäßig nicht ganz so dicht stehen die bäume dann taucht dieses loch in anführungsstrichen nicht immer an derselben stelle auf so kann man das also etwas variieren und auch in der dichte der bewaldung variieren und bekommt dann recht schnell so eine bewaldung hin wobei man sagen muss das geht irre auf die performance auch in der 3d ansicht vor allen dingen wenn man dann eine sehr weite blickrichtung hat sehr weit richtung horizont schaut dann kann es schon mal passieren dass insbesondere durch so eine dichte bewaldung bei noch dazu schwächeren grafikkarten die frame rate rasant in den keller rauscht da muss man also ein bisschen aufpassen dass man da ja etwas zurückhaltung übt und dann unter umständen auch mal bereiche später wieder entwaldet indem man zum beispiel hier so einen bereich markiert und mal einfach die entfernen taste drückt und dann hat man hier halt ein fels abhang ohne bäume das kommt dann der frame rate sehr zugute und trägt natürlich wieder erheblich zur abwechslung bei wie man also hier sieht auf der fertigen anlage wo wir hier diesen bereich zum beispiel haben hinter der ortschaft haben wir hier einen bereich jetzt hat er offensichtlich während der pausen funktion das wetter noch nicht aktualisiert da muss man denn mal ein bisschen laufen lassen und dann verschwinden auch recht zügig die regentropfen und die darstellung der wetterzone hat sich wieder an den normalen bereich angepasst und auch die bewölkung zum beispiel jetzt ist auch der nebel verschwunden man sieht den hubschrauber da oben wieder das war jetzt eben der effekt dass ich hier in der nebelzone gewesen bin bei diesem problem bär bruno hier da ist also diese wetterzone mit regentropfen nebel niederschlag und allem möglichen und da war die pausen taste aktiviert und wenn man dann rumschwenkt dann bleibt in der optischen darstellung erstmal diese nebelzone mit regentropfen erhalten und erst wenn man die pause deaktiviert und den betrieb wieder weiter laufen lässt dann wird auch diese wetter darstellung aktualisiert jetzt schalte ich mal die pause wieder ein hier ist also dieser abhang der in der ursprünglichen in dem frühen speicher stand noch vollständig bewaldet war das ist hier so dieser bereich hinter der ortschaft da sieht man auch mal unten stehen die bäume dichter und auch hier in diesem bereich und auch hier vorne am vorderen anlagenrand sind also habe ich einfach die die baumblöcke mehrfach übereinander gesetzt und damit die bewaldung verdichtet und hier in dem bereich ist es wesentlich dünner da stehen wesentlich weniger bäume und letzten endes habe ich die bäume dann hier sogar völlig weggenommen und habe da nur noch den abhangen sozusagen mit den felsen und habe dafür hier unten die bäume sogar noch mal verdichtet so dass man also insbesondere aus der perspektive eines ep menschen als kamera perspektive hier relativ dichte bewaldung hat und auch oben aber dazwischen eben mal so ein fels abhang mit weniger bäumen das streuwerkzeug ist wunderschön einfach aber es verführt wie alles was einfach ist auch dazu zu regelmäßig zu bauen genauso wie sich solche baumreihen hier oder hier auch an dem abhang runter mal als recht natürliche darstellung anbieten also ich will jetzt hier nicht behaupten dass ich besondere kenntnisse in der landschaftsdarstellung habe aber da gibt es also EEP-Freunde die da noch wesentlich bessere und schönere Anlagen auch noch bauen können insbesondere natürlich auch die professionellen Anlagenbauer aber auch hervorzuheben der eine oder andere EEP-Freund der noch nicht kommerziell tätig ist und seine Anlagen zum Kauf anbietet sondern eben auch als Free-Anlagen im EEP-Forum und da auch ganz tolle Bilder zeigt ähm ich nenne da jetzt keine Namen um niemanden zu vergessen oder zu bevorzugen oder so aber es gibt da so einige Kandidaten die herausragendes leisten und äh hier deutet sich das nur an dass man eben mal wie gesagt auch mal so einen Abhang teilweise auch mal unbewältet lässt und auch bewusst solche Löcher hier oben also das ist nicht aus Versehen sondern das ist vielleicht aus Versehen und kann man nachträglich als Absicht deklarieren wie auch immer dass man dann hier zum Beispiel auch nochmal extra so ein Tupfer Felsentextur hinsetzt auch der ist da vielleicht weiß ich jetzt nicht mehr keine Ahnung was ich da gemacht habe aber ist schon ein paar Monate ein paar Wochen her paar Monate inzwischen äh dass ich da vielleicht auch sogar absichtlich nochmal eine Felsentextur hingesetzt habe um das ein bisschen hervorzuheben während äh hier drunter dann unter dem Wald zum Beispiel die von mir als Bodentextur äh verwendete Waldbodentextur aufgebracht das ist so eine Mischung aus verschiedenen grünen äh Tönen und Texturen Herbstlaub oder was weiß ich was man so als Waldbodentextur eben da verwenden kann gemischt mit Felsen man kann ja hier in der Darstellung zum Beispiel auch mal mal im Editor oder so geht das sogar im laufenden Betrieb unter Ansicht Anzeige 3D Fenster wenn man da mal die Landschaftselemente ausblendet dann sieht das Ganze so aus wie jetzt hier da sind die Landschaftselemente ausgeblendet und da sieht man mal wie hier eben teilweise mit dieser äh Waldbodentextur oder Gras textur gearbeitet wird das mag also durchaus auch an verschiedenen Stellen unterschiedlich sein und auch mit der Intensität dass man also diese dunkleren Flächen wenn man die Textur Intensität entsprechend einstellt dann kann man hier solche solche Varianzen erreichen Varianz ist immer gut weil organisch nicht alles mit derselben Textur beflastern und dann bekommt man so ein Bild hin und wenn man dann unter Ansicht 3D Fenster die Landschaftselemente wieder einschaltet dann sieht das wieder so aus jetzt gehen wir mal zurück auf diesen Stand das war also Streuwerkzeug, Bäume, Bodentexturen schon mal so einiges anhand dessen erklärt und wir sind wenn ich das richtig sehe ja schon wieder bei einer knappen Stunde rufen wir mal schnell noch den nächsten Stand auf damit wir hier etwas vorankommen irgendwann muss ich auch die Schritte mal vergrößern von 9 auf den Speicherstand 10 das geht also mit Sicherheit zu langsam schauen wir mal schnell was die 10 bringt das wäre natürlich noch hilfreich gewesen wenn ich mir die Mühe gemacht hätte bei jedem Speicherstand immer noch ein Stichwort dazu zu schreiben was neu ist was verändert ist habe ich nicht gemacht insofern habe ich hier nur durchnummerierte Speicherstände was mir so gesehen jetzt im Moment nicht gerade sehr hilft das ist wie gesagt ein Speicherstand der jetzt schon wesentlich länger dauert da muss also dann wahrscheinlich an Bäumen oder so noch mal einiges dazu gekommen sein ich drücke mal kurz auf Pause hier in der Aufnahme so und wie man sieht ist jetzt hier dieser Spielstand oder Speicherstand 10 geladen da sieht man dann jetzt als erste Veränderung mal dass sich hier diese Seeplatte etwas geändert hat unter den unter den Landschaftselementen ist das Steuerung das geht also nur in 3D offenbar da sieht man auch schon mal dass schon mal Gleise verlegt sind und diese Wasserfläche hier das ist immer noch die ursprüngliche Wasserfläche die also als eine durchgehende Fläche verlegt war da hat sich also doch noch nichts geändert aber was sich hier entscheidend geändert hat sind das erste Gleise verlegt sind und zwar hier auf dieser Seite doch da sind auch schon welche verlegt da sind jetzt immerhin schon mal Tunnelportale aufgestellt zunächst hatte ich hier nur eine Zweigleisestrecke erst ganz zum Schluss kamen dann diese Gleisbaumodelle dazu und die auch die neuen veränderlichen Splines da habe ich dann hier noch diese parallel verlaufende Zweigleisestrecke dazugelegt mit den Gleisbaumaschinen und dem veränderlichen Splines die da den Gleisbau visualisieren hier stehen jetzt zunächst mal Tunnelportale ins Gelände eingefügt schon auch darauf gehe ich nicht im Detail weiter ein weil es auch dazu sehr viele verschiedene Tutorials bei YouTube gibt auch von vielen verschiedenen EEP Freunden die alle ihre eigene Verfahrensweise jeweils darstellen hier sieht man mal dass hier verschiedene Tunnelportale hintereinander stehen einmal ein recht ansehnliches einigermaßen akzeptables Modell aus dem EEP Grundbestand vorne sichtbar und jetzt hier schon etwas hereingezoomt sieht man ein Tunnelportal aus EEP 6 Zeiten das aber eine Tunnelblende nee wie war denn das habe ich die Tunnelblende hier sogar extra das ist wieder alles gesperrt nehme ich mal an das vorne hier das ist nicht mal gesperrt das kann ich jetzt sperren und das hier hinten ist auch nicht gesperrt was da steht achso das passte glaube ich besser zu dem Tunnelsplein hier mit denen mit denen mit zu diesem Felsen Tunnelsplein der ist hier wohl schon gesperrt nee auch noch nicht das ist der Ziegeltunnel zweigleisig das bedeutet dass der hier in der Mitte offen ist dass der also nur einseitig eine Wand hat und wenn man den gedreht einfügt also hier einmal die Tunnelwand und dann um 180 Grad gedreht auf der anderen Seite die Tunnelwand dann bekommt man aus diesem Spline heraus hier bis zur Mitte sozusagen bekommt man so einen halbseitigen Tunnel und kann den dann für so eine zweigleisige Strecke verwenden das ganze verlegt man dann und da gehört ja der Spline schon dazu das ganze kann man dann wie jedes normale Gleis auch im Bogen verlegen und als Abschluss dafür einigermaßen passend um dass sich da keine hässlichen Lücken ergeben habe ich dann hier so ein altes Tunnelportal aus EP6-Zeiten eingefügt und zusätzlich noch nehme ich mal stark an noch eine Tunnelblende mal sehen dass ich die jetzt hier erwische irgendwie wo haben wir die denn als Tunnelblende das Ding mal sperren das hatte ich schon gesperrt Tunnel zweigleisig entsperren also hier ist noch eine Tunnelblende glaube ich dieses schwarze Ding hier eingefügt aber ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen hier es geht ja eher darum so das große Ganze darzustellen wie gesagt dazu gibt es Tutorials wie man hier so einen Tunnel einfügt dass sich hier keine allzu klaffenden Lücken ergeben und da drin ist dann hier schon mal die Strecke verlegt dazu vielleicht noch eine Anmerkung im Rahmen dessen hier wenn man sich mal den Gleisverlauf hier anschaut dann gehen wir mal auf diese Darstellung und blenden hier rechter Mausklick die Landschaftselemente aus und rechter Mausklick auch das Gelände und dann bleiben hier nur die Splines übrig das ist einmal der Wasserwegsplein hier für diesen Bachverlauf und einmal hier die Gleise mit den Tunnelportalen und jeweils einem Bogen wo es dann hier nach oben weiter geht das hat den Sinn dass man wenn hier der Zug verschwindet im Tunnel dann kommt ja hier erstmal diese Sichtblende da verschwinden dann die Wagen gerade so D-Zuchtwagen und längere Güterwagen verschwinden hier im Tunnel ohne dass sie gleich unmittelbar danach eine Bogenfahrt machen und man dann was auch bei vielen realen Modellbahnen reale Modellbahn meint jetzt eine Märklin, Fleischmann, Roco, Lilliput sonst was H0NZ Spur Modellbahnanlage eben in der Realität nicht hier so virtuell wie EEP da sieht man dann bei den beengten Platzverhältnissen in Hobbykellern auf Dachböden und in Kinderspielzimmern oder sonst wo sehr häufig lange D-Zuchtwagen im Tunnel verschwinden die dann aber im Tunnel schon quasi rechtwinklig um die Ecke fahren und ausscheren in viel zu kleinen Radien man kann hier auch bei EEP so Platz sparen solche völlig vorbildwidrigen engen Radien bauen aber bitte nur im Tunnel und es sei denn man will jetzt absichtlich so eine Spielbahnanlage darstellen was durchaus ein legitimes Motiv für eine EEP Anlage sein kann aber wenn man einigermaßen vorbildähnlich bauen will dann baut man natürlich im sichtbaren Bereich nicht solche Radien hier auf sondern nur im Tunnel wo es dann zum Schattenbahnhof geht oder zum virtuellen Depot aber damit man auch hier im sichtbaren Bereich jetzt nicht sieht wie in der Tunneleinfahrt schon der Wagen praktisch rechtwinklig in den Bogen fährt verlegt man die Strecke erstmal noch ein bisschen gerade weiter hinter der Tunnelblende mindestens ein, zwei Wagenlängen und baut dann erst die Kurve wo es dann eben auch hier am Anlagenrand sozusagen irgendwo nach hinten, nach oben, nach unten irgendwo Richtung Schattenbahnhof oder virtuelles Depot verschwindet genauso hier auf der anderen Seite auch schon mal angedeutet dieser Gleisverlauf so, da hier ansonsten nicht viel was Neues war gehen wir mal gleich zum nächsten 10 das wäre dann 11 ich möchte jetzt hier auch die Zeit von einer Stunde nicht zu sehr überschreiten nein, also die 11 machen wir dann erst im nächsten Teil da geht es dann ein bisschen weiter mit Gleisbau und so weiter ja, das ist jetzt hier wieder eine knappe Stunde und deswegen verabschiede ich mich jetzt mal für diesen Teil hier und wünsche einstweilen weiterhin viel Spaß mit EEP das habe ich hier heute am 23. Dezember aufgenommen ich werde es dann jetzt bei YouTube einstellen eventuell wird das noch vor 0 Uhr freigeschaltet ansonsten am 24. Dezember wünsche ich dann mal entsprechend passend frohe Weihnachten friedlich im Familienkreis mit Gesundheit und dabei vielleicht auch dem einen oder anderen EEP Geschenk wenn es denn da was geben sollte Gutschein oder ähnliches im Übrigen jederzeit gerne viel Spaß mit EEP bis zur nächsten Folge bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal